Grüßt euch Gott, alle miteinander. Das ist mein Adventskranz 2023. Ich zeige ihn euch. Ich habe ihn wie immer selbst geschmückt. Das bedeutet, ich kaufe immer nur den Kranz, den binde ich nicht selbst, aber ich schmücke ihn selbst. Schwerpunkt war dieses Jahr, dass ich ihn etwas natürlich, also mit natürlichen Materialien ausschmücke. Und das für mich wieder Besondere sind die Kerzen, die ich so wunderschön finde, diese Stabkerzen, die alle ein Kerzentattoo, sie sind durchnummeriert, bekommen haben. Vielen Dank an diejenige, die es mir geschenkt hat. Sie weiß schon, dass sie mir eine große Freude damit gemacht hat. Ich habe ihn diesmal auf einen, ich habe hier noch so einen ewig alten goldenen Teller. Da liegt der Drafterkranz. Ich habe ihn nicht in einen Ständer eingebunden. Und jetzt fahre ich da mal so durch, was ich alles draufgepackt habe. Das seht ihr ein. Das ist eigentlich ein Anhänger für den Christbaum. Ein Holzpferdchen. Mini Italianzapfen. Dann hier geht es schon los. Das ist so getrocknete Zitrone. Hier auch nochmal, ja, goldenes Schleifchen. Das ist ein von mir modelliertes Köpfchen. Ein Engel. Ihr könnt es an den Flügeln sehen. Nur so ein Puttenköpfchen. Kann sein, dass das schon mal auf einem Kranz drauf war. Wenn nicht, macht ja nichts. Darf auch öfters drauf. Kleiner Strohstern. Zimtstangen. Hier wieder ein sehr schönes Motiv. Und das sind Anissterne. Die habe ich erstmals drauf. Die habe ich entdeckt und habe mir welche mitgenommen. So ein Tütchen. Und es riecht auch richtig gut. Also muss ich sagen, wirklich toll. Dieses Sternchen. Hier wieder getrocknete Zitronenscheiben. Das ist ein Holzstern. Ihr seht, ich habe auch etwas, das mache ich auch jedes Jahr, etwas Efeu. Also ich kaufe einen ganz einfachen Kranz. Und da binde ich immer etwas Efeu noch dran. Ja, hier könnt ihr das sehen. Noch mal Zimtstangen. Und dann sind wir wieder bei den Pferdchen. Und hier bei der Eins. Da ist so ein netter Nikolaus drauf. Ja, das ist mein diesjähriger Adventskranz. Ich mache ja so ein Video auch, damit ich das so ein bisschen dokumentiere, mit was ich wann meinen Kranz geschmückt habe. Das ist auch mit ein Grund, warum ich diese Videos mache. Ja, dann kann ich den Tag heute genießen. Für die, die es interessiert. Wir haben es ein bisschen kalt. Minus sechs, sieben Grad in München. Und es liegen aktuell gut 40 Zentimeter Schnee. Aber blauer Himmel, Sonnenschein. Es ist traumhaft kalt, aber traumhaft schön. Ich muss nirgendwo mit dem Auto hinfahren. Das ist schon mal praktisch. Also tangieren mich die anderen Probleme alle nicht. Ja, was gehört noch zum ersten Advent? Schatz her. Ich habe hier so einen kleinen Plätzchenteller. Ich hatte dieses Jahr Lust, mal wieder ein bisschen was zu backen. Und das habe ich dann auch getan. Und was ich erstmalig gemacht habe, ist zu einem Lebkuchenmann. Also ich werde den ersten Advent heute gebührend begehen. Wird mich an meinem Adventskranz erfreuen. Und werde mit Sicherheit hier heute auch ein wenig naschen. Ich kann euch nur Gleiches empfehlen. Lasst es euch gut gehen. Genießt den ersten Advent. Wir hören uns. Wir sehen uns. Und ich sage wie immer, bye bye.